Es ist wieder Freitag, Zeit für eine neue Folge Ideas Weekly, präsentiert von der Societe General, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequants und bevor wir gleich loslegen, kommen hier noch schnell die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt wie immer keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequants wieder. Heute kamen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind sichtbar. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung, Preis-, Saison- und Kalenderbereinigt um 2,2%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es preisbereinigt 1,9% zurück. Das ist der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Im europäischen Vergleich kommt Deutschland dabei noch halbwegs glimpflich davon. In Frankreich, Spanien und Italien brach die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 5,8, 5,2 und 4,7% ein. Allerdings erwarten die meisten Ökonomen einen noch deutlicheren Einbruch im zweiten Quartal. Schauen wir auf die Charts. Nach dem guten Lauf im April ist die Erholung im Mai deutlich ins Stocken geraten. Der Eurostoxx 50 ist beispielsweise in dieser Woche aus seinem April-Aufwärtstrendkanal nach unten herausgefallen. Und brisant dabei im Chart ließe sich jetzt eine kleine Schulterkopf-Schulterformation identifizieren, was erstmal negativ zu werten ist. Allerdings befinden sich die Kurse noch im neutralen Terrain, schön zu sehen hier im Volumen-Histogramm. Die untere Volumenkante hat dabei den Verkaufsdruck gestern zunächst standgehalten. Unterhalb von 2.700 Punkten könnte sich das Bild aber wieder eintrüben. Das gilt vor allem dann, wenn auch das April-Tief bei 2.626 Punkten unterboten wird. Auf der Oberseite wäre hingegen zunächst der Sprung über 3.000 Punkte nötig, der anschließend mit dem Ausbruch über die obere Volumenkante bestätigt werden müsste. Und die 3.000er Marke, die ist auch im S&P 500 interessant, denn dort verläuft aktuell die 200-Tage-Linie, die für viele Chart-Techniker den Unterschied zwischen Bollen und Bärenmarkt macht. Und zwar in der Standardvariante. In der exponentiellen Form, die den jüngeren Kursen ein höheres Gewicht einräumt, wirkte der GD 200 bereits zweimal bremsend. Unterstützung fand der S&P 500 dabei gestern im Bereich von 2.800 Punkten. Die Lage ist also auch hier vorerst neutral einzustufen. Es folgen weitere Unterstützungen bei 2.727 und 2.637 Zählern. Und der DAX, auch der blieb seinem Zickzack-Kurs treu, wobei die Kurse am gestrigen Donnerstag im Tief mit 10.161 Punkten sogar mal kurz unter das 2018er Tief abtauchten. Die beiden Kurslücken vom 6. und 7. April sind aber noch offen und dabei bleibt es eigentlich bei der Analyse aus der Vorwoche. Sollten die Kurse tatsächlich aus dem neutralen Bereich nach unten herausfallen, könnte es relativ schnell bis 10.000, 9.500 oder sogar 9.000 Punkte zurückgehen. Da gibt die Volumenspitze mit der Value Area die Spanne vor, beziehungsweise die mögliche Spanne vor. Auf der Oberseite gibt es hingegen eine ganze Reihe bekannter Hürden. Zunächst 10.800 Zähler, dann ganz grob 11.000 Punkte. Das bisherige Erholungstopp bei 11.236, die obere Begrenzung der Kurslücke vom 9. März bei 11.447, die zusammen mit der 11.500er Marke, da findet sich noch eine kleine Volumenspitze, eine größere Hürde bildet. Und erst darüber wäre dann Platz bis zur 200-Tage-Linie, um die dann zu überbieten, bräuchte es aber wohl eine größere Überschrift. Und wer im DAX gerne aktiv werden möchte, kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Unlimited Turbo-Call-Optionsschein mit der WKN CL7J1E tun. Die Scheine verfügen aktuell über eine Hebelwirkung von 6,7 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man beispielsweise mit einem Unlimited Turbo-Put-Optionsschein mit der WKN CL4 5AN aktiv werden. Die Scheine verfügen aktuell über eine Hebelwirkung von 6,9 und laufen ebenfalls endlos. Abschließend wollen wir noch kurz auf RWE schauen. Die finden sich heute am oberen Ende des DAX-Tableaus. Nach den gestrigen, überraschend guten Quartalszahlen geht es hier nun um den Sprung über die 200-Tage-Linie, quasi im zweiten Versuch. Nächstes Ziel wäre dann das September hoch bei 28,81, gefolgt von der Kurslücke vom 9. März zwischen 29,81 und 30,72, also grob um die 30-Euro-Marke. Ja, schauen wir mal. Und zwar noch schnell auf die kommende Woche. Was ist mir aufgefallen? Unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag, das Sitzungsprotokoll der FED am Mittwoch, die Einkaufsmanager-Indizes am Donnerstag, und zwar erst für die USA und dann am Freitag für Deutschland. An Christi Himmelfahrt am Donnerstag sind die Börsen hierzulande übrigens geöffnet. Damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut!